Aber der Prozentanteil an Leute, die das spielen können... Wow! Damit... Hey Leute, Wardo hier! Und willkommen zum zweiten Akt von Hello Neighbor Hide and Seek! Ich hab gestern einen Kommentar gekriegt, der mir gesagt hat, hey... Von Hello Neighbor Hide and Seek kann man den zweiten Akt spielen? Und es gibt eine Beta. Weil ich hatte ja gesagt, ey, das ist irgendwie komisch, dass das Spiel rauskommt, aber es bis jetzt nur eine Alpha gibt, die man spielen kann. Aber es gibt eine Beta mit einem zweiten Akt und die kann man spielen. Aber, ganz großes Aber, die kann man nur spielen auf iOS. Und die ist nicht mal dann total leicht runterzuladen, sondern man braucht irgendein anderes Programm, um es runterzuladen. Und sie ist aber spielbar. Ich spiel sie jetzt übrigens nicht selbst, ich guck mir ein Video an, wo es einer spielt. Weil ich hab halt kein iOS-Gerät. Und ich will's euch trotzdem mal kurz zeigen. Und ich check das überhaupt nicht. Welcher Entwickler macht das? Welcher Entwickler lässt eine Version testen, aber nur auf iOS, was so spielerisch wahrscheinlich das schwerste ist, wo man das überhaupt spielen kann? Und wir sehen das schon im zweiten Akt. Ist unser Bruder ein Polizist, versucht uns zu stoppen. Und wir sind ein Einbrecher. Und mein Facecam sitzt da drüber. Und wir müssen, wie ihr jetzt über mir seht, 33 Objekte einsammeln. Ich glaub, es sind so Geldbeutel. Und in der Stadt fahren auch wohl Autos und so. Und man kann Schilder verdrehen. Also es sieht eigentlich nach einem coolen Level aus. Aber es ist halt nicht spielbar. Und ich check das halt überhaupt nicht. Die Welt sieht super cool aus. Die will das so gerne spielen. Aber es ist... Ja, man muss Geldbeutel klauen. Ein, zwei... Man muss sie wahrscheinlich sogar irgendwo reinwerfen. Also man muss sie nicht nur einsammeln, sondern auch irgendwo reinwerfen. Es sieht nach einem coolen Level aus. Mal ganz ehrlich. Da ist ein Polizist. Er folgt einen bestimmt auch? Er folgt einen oder bleibt der still? Und das ist der dumme Bruder. Der erscheint ein bisschen dümmer ist als im ersten Akt. Ja, wirklich. Kein Entwickler auf der gesamten Welt. Letztes Spiel, was auf dem PC rauskommt, testweise auf iOS laufen statt auf PC. Auf dem PC kannst du so viel besser testen, was gut ist am Spiel, was schlecht ist am Spiel. Ich meine, das Spiel kommt auf PC raus. Kommt auf Playstation raus. Kommt auf Xbox raus. Kommt auf Wii raus. Und wo lassen die den Beta-Test machen? Auf iOS. Und ich glaube, deutlich mehr Leute haben Android als iOS. Also das ist komplett weird. Ich checke es halt überhaupt nicht. Wenn ihr ein iOS-Gerät habt, habe ich euch mal einen Link in die Videobeschreibung getan. Nach dem, was ich gelesen habe, müsst ihr die App runterladen aus dem Link, den ich da gepostet habe. Der heißt irgendwie TestFlight oder so. Und über diese App kann man wohl Spiele testen, die noch nicht draußen sind. Und unter anderem Hello Neighbor Hide & Seek. Da könnt ihr den ersten Akt und den zweiten Akt vom Spiel kostenlos spielen. Dafür braucht ihr nur iOS. Und ich habe halt kein iOS. Ich habe hier so ein altes Android-Handy. Und ich gucke das gerade seit drei Minuten. Ah, da muss man die Geldbeutel reinwerfen. Okay. Und der Bruder nervt so übertrieben mit den gesamten Gefeife. Er pfeift wahrscheinlich die ganze Zeit. Sobald er einen sieht, pfeift er sich halt die Lunge aus dem Hals. Was muss man hier machen? Man muss bestimmt irgendwelche komischen Kletterpassagen machen, wo man auf ein Fahrzeug springen muss oder sowas, um da ganz hoch zu kommen. Ich gucke mir das jetzt ein bisschen an. Ich gucke es mir nicht komplett an. Ich will mich spielerisch nicht komplett spoilern, weil ich meine, in, ich glaube, zwei Wochen, wann war das, der 6. Dezember? Am 6. Dezember kommt das Spiel ja richtig raus. Also einen ersten Akt, einen zweiten Akt, wahrscheinlich einen dritten Akt und halt einen finalen Akt, gehe ich von aus. Und ich will mich jetzt nicht komplett spoilern. Ich will mir das nur ein bisschen angucken. Ich fand es lustig, wie der Bruder wegrennt. Aber ich verstehe halt nicht, warum das auf iOS rauskommt. Anscheinend findet man die Geldbeutel auch recht leicht. Zumindest einige. Ja, ey, ganz ehrlich, Leute. Ich finde das Prinzip eigentlich besser, wenn es so ist. Ich finde, das ist wahrscheinlich lustiger als in Hello Neighbor Grundspiel, weil das Grundspiel war ja schon frustrierend und nervig. Hier ist der Bruder halt nervig mit der Pfeife, weil wie lange geht das Video? Es geht 30 Minuten ungefähr. Und 30 Minuten dem Bruder zuhören, wie er es rumpfeift, ist, glaube ich, für die Ohren nicht ganz so angenehm. Da muss ich wahrscheinlich auch für mein Projekt mir was überlegen, wie ich das leiser machen kann. Ich weiß nicht. Ich bin... Ich verstehe es nicht. Weil es sieht super spaßig aus, aber der Prozentanteil an Leuten, die das spielen können... Wow! Okay, das ist ein cooler Move, wie ich das schon gesehen habe. Aber der Prozentanteil an Leuten, die das spielen können, ist so gering. Er ist so marginal gering. Weil wer hat schon iOS? Ich weiß, ein paar Leute haben iOS. Aber es wird auch so viel mehr Sinn machen, das auf PC rauszubringen. Weil nach dem ersten Akt haben mir viele Leute gesagt, ich auch. Okay, der erste Akt war geil, aber ich glaube nicht, dass die das aufrechterhalten können. Ich glaube, irgendwann wird das alles in sich zusammenfallen und irgendwann wird ein Akt draus kommen, der einfach Dreck ist. So, und jetzt sehen wir hier, der erste Akt war nice und der zweite Akt ist anscheinend auch nice. Mit kreativen Rätseln, mit kreativen Sprungpassagen, die auch nicht schwer sind, wo du halt einfach fliegst und... Das ist geil! Ohne Witz! Aber es sieht schwierig aus, man muss anscheinend da diesen Topf einfliegen. Aber ich kann das halt einfach nicht verstehen. Oh, die Passage hier sieht super 80ig aus. Die sieht super nach Aids aus. Gerade auf dem... Gerade auf dem... iPad oder iPhone oder was auch immer. Das sieht sehr, sehr schlimm aus, die Passage. Und muss ich mir jetzt für irgendwie... 400 Euro ein iOS-Gerät kaufen? Nur für den Fall, falls Hello Neighbor Height & Seek nochmal irgendwie spielbar ist auf... Ich meine, ich will doch nicht mehr extra ein iOS-Gerät kaufen. Nur für ein paar Videos. Das ist zu viel Geld. Das ist doch sogar eine extreme Geldverspendung. Zum Beispiel, glaube ich, nicht mal der größte Fan von iOS bin. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, bin ich der größte Fan von. Aber die Welt sieht cool aus. Ich finde cool, dass der Bruder halt... Nicht mehr pfeift gerade... Er pfeift. Er pfeift genau in dem Moment. Er sieht die Schwester doch nicht mal. Oh, das ist der Typ, der pfeift. Der hat eine Axt in der Hand. Wahrscheinlich darf man keine kriminellen Aktionen machen, während der Bruder in der Nähe ist. Oder während generell ein Mensch in der Nähe ist. Das hier sieht tricky aus. Muss aufs Trampolin kommen irgendwie. Wahrscheinlich darf einen niemand sehen. Nicht mal der alte Opa mit der Axt. Aber ich skippe mal ein bisschen weiter. Ich will mich nicht komplett spoilern. Dann gucken wir mal noch mal die letzten... Die letzten Minuten gucken wir uns noch mal an. Ich will mich ja echt nicht komplett spoilern. Man muss anscheinend eine Bank einbrechen, so wie es aussieht. Das sieht... Oh, das ist ganz ehrlich. Das sieht so schwierig aus. Das wird so schwierig werden. Okay, man muss auch noch einen Code eingeben. So wie es aussieht. Obwohl alles Null ist. Ne, gut, links oben, rechts oben, links unten. Gemerkt. Und da ist ein einziger Geldbeutel drin. Wäre ja cool, wenn irgendwie mehr drin wäre als nur einer. Das sieht aber tricky aus. Muss wahrscheinlich hier auch erstmal aufmachen. Um da reinzukommen. Die Welt sieht ziemlich groß aus. Also die Welt im ersten Akt war ja schon groß. Die Welt hier sieht nochmal größer aus. Die Steuerung ist einfach nicht gemacht für alle. Jetzt merkt ihr, wie schnell das alles ist von der Bewegung. Da kriege ich ja Motion Signals ohne Ende. Weil es super schnell ist. Ja. Okay. Ja, aber anscheinend gibt es halt auch noch normale Polizisten, die einen verraten können. Und der Bruder ist halt wahrscheinlich der finale Polizist. Jetzt geht man noch ein bisschen weiter. Dass wir die letzten zweimal sehen. Ich will mich halt nicht komplett spoilern. Ich werde es halt nochmal spielen. Sobald es rauskommt, werde ich es nochmal spielen. Kurz mal eine Frage an euch. Wenn Hello Neighbor Heightened Steak rauskommt, muss man Akt 1 wahrscheinlich nochmal machen. Aber ich habe Akt 1 ja schon mal gespielt. Soll ich in der Videoreihe trotzdem Akt 1 nochmal zeigen? Oder soll ich das skippen und direkt mit Akt 2 anfangen? Also direkt mit neuen Content anfangen? Weil es ist glaube ich echt nicht irreführend, mit Content anzufangen, den schon jeder gesehen hat, oder? Das sind jetzt die letzten zwei. Einmal. Und zweimal. Beendet. Ich finde die Kinder ja so putzig. Sehen wir die Mutter oder so jetzt vielleicht? Und... Ach, Essen ist fertig bestimmt, ne? Ja, Essen ist fertig. Die Sequenz jetzt kennen wir ja. Wobei, kennen wir nicht. Die sind ein bisschen bearbeitet noch. Wo sind die Eltern, ist die Frage. Wo sind die... Okay, das ist wohl was für den dritten Akt. Wo sind die Eltern? Ey! Die dumme iOS-Version hat sogar jetzt hier irgendwas brennen. Ja, ganz ehrlich, man. Vielleicht gibt es sogar auf der iOS-Version der Beta noch einen dritten Akt oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich finde das ja... Also ich finde es erstmal beruhigend, dass sie schon einen zweiten Akt haben. Weil meine Angst ist ja, okay, die Entwickler haben eigentlich noch fast nichts geschafft zum Spiel und wollen jetzt schon das Spiel rausbringen. Aber sie haben ja anscheinend schon zwei Akte fertig. Halt auf iOS, aber immerhin haben sie zwei Akte fertig. Das heißt, sie müssen halt vielleicht noch zwei weitere Akte machen oder noch einen. Und das kriegen die, glaube ich, hin. Also ich bin jetzt ein bisschen beruhigter auf den Bezug zum Release vom Spiel. Ein bisschen beruhigter. Ein ganz kleines Stück beruhigter. Wie ist eure Meinung dazu? Wie ist eure Meinung überhaupt dazu, dass das auf iOS spielbar ist? Nochmal übrigens, sage ich schon an die Person, die es mir in die Kommentare geschrieben hat. Guter Tipp. Ich kann es halt nicht spielen. Ich habe kein iOS-Gerät. Aber es sieht cool aus. Ich würde es gerne spielen. Und gut, dann würde ich ja sagen, Dankeschön, bis zu sehen. Hier unten ist jetzt wahrscheinlich ein Video verlinkt von Hello Neighbor, Height & Seek, wo ich das Spiel gespielt habe. Also den ersten Akt. Könnt ihr euch ja angucken, wenn ihr das Spiel cool findet oder charmant findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bis zu sehen. Bis dahin. Und ciao.